Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Wir spielen heute ne Runde Rainbow Six Siege auf der Map Oregon. Geht's direkt aufs Dach hoch, würd' ich sagen. Ja, den haben wir. Sehr schön. Ich glaub der ist weg. Alter, was magst du denn hier? Ja, ich nehm jetzt ein Rainbow-Video für unseren Kanal auf. Willst du jetzt echt den neuen Kanal mit deinem stinknormalen Let's Play anfangen? Ja, wieso denn nicht? Ich mein, das macht doch nix. Ich weiß auch nicht, Mann, aber so ein Let's Play ist halt auch... Nico, komm mal her! Ich find halt, wir bräuchten irgendwas krasses. Irgendwas, was den Kanal repräsentiert. Irgendwie, wo halt zeigt, wer wir sind, was der Kanal ist, was wir vorhaben. Sowas wie ein Trailer oder so. Es gab diese Idee... ...eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können. Die zu groß für sie sind. Nee, vergiss es. Ich geh jetzt bestimmt nicht wieder stundenlang. Na hey, du neid, baue irgendwelche Sets auf. Um dann irgendein Video zu machen, wo dann wieder Stunden Arbeit hintersteckt. Nee, wir wissen beide ganz genau, dass das nichts wird. Hä? Was macht ihr denn jetzt eigentlich schon wieder? Dude, wo warst denn du jetzt so lange? Ich muss halt noch ein Quest machen, ne? Ja, der Julien will jetzt hier schon wieder irgendein GF machen mit irgendeinem Trailer für den Kanal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dagegen. Also eigentlich bin ich auch auf der... Also bin ich für die Film Julien, weil wir brauchen sowas wie einen Trailer. Aber wenn ich ehrlich bin, von einem Anime, wie bei einem Anime, das Intro, wäre halt noch fair. Ach ja, das ist geil. Das machen wir. Nein, 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 fresse, fresse, das machen wir. Ja, das machen wir. Ach, komm, hör mir auf. Was bringt's, in einem Video zu machen, was uns beschreibt? Im Endeffekt sehen uns die Leute so, wie sie uns sehen wollen. Mit einfachen Worten, das, was wir über uns herausgefunden haben. Jeder von uns ist ein Hitzkopf, ein Psychopath, ein Träumer, ein Zeitreise-Klischee. Butscheidspiste. Beantwortet das eure Frage? Mit freundlichen Grüßen, euer Breakfast, äh, ich mein Prometians. – Tell me your troubles and doubts Giving me everything inside and out Love's strange, surreal in the dark Think of the tender things that we were working on